Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Anordnungsmarsch. Wir werden jetzt Trois einsammeln. Ich habe etwas gefunden, wo ich anfangen kann. Und zwar so guter Weise genau da aufgeregt. Da ist zu gern gleich die Wärme. Kurz erinnern, der ist korrekt. Der Aktienlern lässt nicht passen. Jetzt machen wir eine Arbeit. Hier muss man eher dünnen und aussehen. Jetzt müssen wir arbeiten. Gehen wir mal zurück. Wir haben noch mehr Aussehen und bis jetzt noch vorhanden. Wir werden noch nicht ganz sicher. Ich glaube, wir werden die Treue verlettern. Das war die LKB. Wir machen die Dresdachleber, der ist noch mal voll. Und wir machen noch der. Und jetzt muss ich schauen, wie weit wir an den Klasse zunehmen. Da muss Kalk drauf. So, da muss ich noch ein bisschen beerntet, weil es der Reife gerade ist. Da muss Kalk drauf. Da auch. So. Ja. Wachstum ist geerntet. Wachstum. Also da muss Kalk drauf. Also Kalk drauf fällt 27. Da haben wir jetzt Mischgetreide. Aktuell ist nicht bei der Reihe, ist das gut. Gut. Dann kommen wir uns in die Mischgetreide kümmern. Und jetzt machen wir den Weg vorbei. Ganz schnell den Kampfsteuer. Gut. Ablauen. In einer Woche kommt Position dazu. Heute ist Mittwoch. Morgen kommt neue Kachel. Das heißt dann theoretisch. Heute mal hier mit einer Folge. Bei zwei. Dann kommt auch noch mal das Rohr wieder rein. Das ist neu. Ich hoffe das macht sich bemerkbar. jetzt ist es, wir wollen das Kalken den machen wir das Rohr wieder rein den fahren wir wieder runter ich bin in der Überlegung ob wir eine Seemaschine kaufen und ein bisschen Mais machen aber nur überlegen ach, die Ränder sind ja noch häufig da wird es ein Gras reinmachen tut so klar aus Gras ich klappe hier auf dass wir die Ecken da wozu sich weh oder nicht so so hier mal aufnehmen das ist zu viel naja das ist das ist ich bin ne brenn ist gut das ist das ist das ist das ist das ist passt schau mal die Ecken an das ist das ist und das ist das ist das ist das ist Am nächsten Mal am Morgen hier wieder. Ein bisschen, ein bisschen mehr im Norden. Ja, sieht nicht aus. So, dann ist es aber. Das Glas auch wieder weg. Gut. Wir wollen die Ecke auch gleich nach vorne. Machen wir das nächste Mal halt da. Gas. Und dann haben wir da her. Kommt die nächsten Mal sehen. Das ist nicht ganz so tragisch. Muss hier gucken. Vielleicht sieht auch nicht alles aus. Kann nicht sein. Wollen wir mal gucken. Na doch. Beziehungsweise. War da nicht die Frau dabei. Aber wie gesagt, das ist nicht tragisch. So. Hallo. Hallo. Die Uhrzeit bei 06. 08. Das waren alle Probleme der Zeit. Ich kann es kaum erkennen. Ja. Ich habe gerade angefangen. Aber trotzdem. Die Ecke gleich. Das ist auch mehr so viel. Ansonsten machen wir ganz gleich mit. Die können auch hier ein bisschen Teil nach arbeiten. Eigentlich konnte ich eben keine Teile reinbringen. Sondern eher habs. Oder so. Ja. Wäre nicht richtig gemacht. Wie immer. Ich ging aber das immer. Oder einfach so spät. Ich kann nur sagen. 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 Ich würde da. Ja. Ich würde auch mal. Und da ist der Baumwege. Und da war die Oma da. Und da war die Oma. 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 Die Ecke noch. Soll wahrscheinlich die Kurven nahe arbeiten mit Fischbetreide. Das war Risiko, dass es zwei Waschküppen liegt. Und da war es eben. Das kann sogar passieren. So. Und die Ecke hier. Das machen wir auch. Aber spätestens. Die Ecke ist wohl nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß ja nicht mehr. Das ist okay. So, jetzt fahren wir jetzt zurück zum Hof. Schrauben wir mal bei. Alles gut. Hier kann Glas abwachsen. Da ist Glas wieder rein. Geflügt und gekalkt. Aber ich glaube Kalkung war nicht notwendig. Aber ich habe mal so was egal. Dann haben wir jetzt Ruhe. So, kurz waschen. Wegräumen. Wegstellen. Tacken wir noch nicht. Waschen auf jeden Fall. Waschen hier noch zu lassen. Gehen wir raus. Da ist es zu fahren. Da ist es zu fahren. Da ist es zu fahren. Da möchte man hier rausgehen. Da kann ich nicht mehr. Da bin ich nicht mehr. Da bin ich nicht mehr. Da bin ich nicht mehr. Oh. Wo haben wir beide liegen? Kann ich es schon verkaufen? Wo bin ich noch zum Durchfutter? Da ist es vorbei. Aber ich weiß nicht. Den stellen wir hin dann. So, da hätten wir das schon mal. So, geht's gut. Und die Kaufsteuer holen. Gras, Saun und Vermiliter, haben wir da noch gelegt. Ist ja eine gute Flötze. So, jetzt geht mal ganz kurz kalten. Die neue Crossplay-Version wollte nicht laden. So, das ist ja gut. So, das ist ja gut. So, das ist ja gut. So, ja, das ist ja gut. So, das ist ja gut. So, das ist ja gut. So, das ist ja gut. Und auf gehts, hauptsache eher gut, wird vorbei, ne, hoffen wir mal irgendwas. Ich habe nur ein kleines Ferris, so, nun gucken, 16, das ist unser, ich spür mal, ich spür mal noch kleines. Okay, ich habe noch ein kleines Ferris, ich habe noch ein kleines Ferris. Ich habe noch ein kleines Ferris. Gut. Gut, dann haben wir es erledigt. Und dann, auch kein Kalk. Ja, so ist das. Der normale Helfer hat er gesagt, gleiche Mecker, ne, also wir reinklappen. Das macht nichts. Okay. Dann müssen wir nicht mehr sparen können. So, was ich meine Damen und Herren, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, dass der Ton auch gepasst hat. Ich würde mich freuen, wenn wir mal wiedersehen. Genau so ein Like, würde mich auch freuen. Ich sage schon Danke. Ganz gut wäre auch ein Abo. Aber gut. Ich würde mich freuen, noch mal wiedersehen. Und dann noch tschüss und ring und winkel. Und dann nenne ich schabbi.